Es war einmal ein Blechtrommler, der hieß Oskar. Oskar, du gibst mir die Trommel und ich geb dir Schokolade. Nein, Oskar will nicht! Oskar! An seinem dritten Geburtstag stürzte unser kleiner Oskar die Kellertreppe runter. Noch ein, zwei Wochen Bettruhe und dann kann das Oskar wieder aufstehen. Ruhe wachsen wollte er nicht mehr. Kein Zentimeterchen. Es war einmal ein leichtgläubiges Volk. Das glaubte an den Weihnachtsmann. Keine Zeit. Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Wir sind zu klein, als dass wir uns verlieren könnten. Dies ist